Was, was haben wir hier hinten? Die Hanni hat's auch geschafft, sagt der Jörg. Komm, alle. Also Alex, ausnahmsweise im Speed unterwegs, das einzige Mal, wo er sowas mitmacht, ist hier in Königstein beim Frankenjura-Festival. Auf geht's, Alex Migos! Andere Technik, seht ihr das, seht ihr das? Ganz anders mit den Füßen gemacht, ganz clever. Ein Fuß gestreckt, noch ein Fuß über die Latte da oben gelegt. So, und jetzt Peter von, nimmt den sicheren Weg. Möchte sie hier auch nicht einhauen, da. Wir schauen auf die Zeit. Sieht gut aus, Herr Migos, auf geht's. Und jetzt Flink! Nicht lange nachgedacht, Alex Migos mit 49. Sekunden!